so menüpunkt aufgaben gibt es eigentlich nicht viel zu erzählen das habe ich ja bei der übersicht schon gemacht hier kann man den events gezielt noch mal die aufgaben verwalten ich habe auch wieder mein menüpunkt hier oben halt zum eintragen der aufgaben da kann ich mich dann abends hinsetzen und kann eintragen hier trage ich das ein was am morgigen tag zu erledigen ist und hier unten markiere ich ob es automatisch gelöscht werden soll oder nicht macht natürlich sinn weil wir nicht in eine aufgabe für morgen eintragen die war auch übermorgen dann nicht mehr angezeigt werden also das sollte man jeden abend machen und dann wird hoffentlich nichts mehr vergessen dann auf zum nächsten film